hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge von outlast 2 und der erste folge habe ich gesagt dass ich keinen plan habe wo es weitergeht oder sowas in der art plus minus und diese folge werde ich noch weniger planen haben oder sowas in der art habe ich gesagt aber ich bin gerade schon nicht mehr ganz erinnert naja auf jeden fall machen wir weiter wir suchen noch immer hier was zum hoch gehen was zum runter gehen was zum irgendwas womit wir was anfangen könnte irgendwas wo wir weiterkommen ja das habe ich mir schon gedacht wenn die kamera auch wenn ich besser sehen das ist das ich wusste dass was passieren würde ich gehe nur damit durch durch hat das zu wie das zu wie hier geht es echt nicht weiter jetzt ob dachte jetzt weiter irgendwie auch da ist noch mal eins ok wahrscheinlich genau das falsche ne ich will irgendwie gerade voll aufmerksam sein ich weiß dass man irgendwann wieder heraus verschwindet weil ich bin jetzt noch nicht in der schule ich bin hier ja ok hier dieser raum der da abgesperrt war ok wie sieht es denn aus ok 5 von 3 sieht eigentlich ganz gut aus das ist schon voll alles da wurden meine lotterien auch einmal weggenommen muss ich komplett neu sammeln ich hatte alles voll und man hätte ich das gewusst hätte ich viel unsparsamer umgehen können das ist die verlierung währenddessen sehr schön blockiert wundergeil ich bin hier wasz zu ja und wieder hier war beides so blockiert wenn eines blockiert ist beides blockiert ok wenn eines blockiert ist beides blockiert ist ja logisch aber doch doch alles sehr logisch ist klar wie gesagt gute lampe machst du super ist ja die zeichnung was die 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 Jessica! Jess! Hey! Jessica! Kannst du mich hören? Will ich irgendwie ein bisschen mehr sehen? Irgendwie kann man das nicht erkennen. Ich muss echt danach angehen, dass ich da überhaupt was sehe. Das ist echt schrecklich. Ich darf nach... Ah, kann ich da wirklich nicht lang? Das sah so aus. Ja, Mann. Viele Steine, das ist alles so dunkel, Alter. Muss ich wirklich nahe herangehen, ist hier sonst nichts, Leute. Beziehungsweise, ich kann es schon so sehen, aber irgendwie ist das Gefühl, wenn man näher hat, dann ist es besser. Vielleicht kann ich schon einmal rumlaufen. Oh, da ist er, hallo. Hey, was zum... Warum hast du das auf einmal gefunden? Wieder so ein Tunnel, der uns nichts endet. Okay, komm zur anderen Seite des Lachs. Wendet er ist im Fluss so ein Boot oder so, vielleicht spielt er darauf an, keine Ahnung, ich weiß es nicht Okay, ich habe keine fucking Töne in das Wasser Okay Okay Ich werde es weg Oh Gott, okay Und diesen Setz, ne Oh, hier geht's durch. Da ist zu, da auch, da kann ich nicht lang, okay wahrscheinlich kann ich dann, das machen wir. Da ist zu, da ist zu, da ist zu, da ist zu, da ist zu. Da ist zu, 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 da ist zu Ah, ich muss noch nicht wiederholen, ich würde wiederholen. was gibt es auch eine team in einem spiel wenn man wenn man schafft das spiel durchzuspielen ohne sich einmal zu verstecken ich habe mich jetzt nicht so versteckt weil ich weiß nicht wie lange das spiel was war denn das genau hier doch schon und und Was soll er denn in den Zaun aufnehmen? Ok Ok, irgendwie ein Radioturm oder sowas Wie werde ich über diese Wälder kommen? Oh, verknallen! Habe ich jetzt ernsthaft... Ach, nee. Das hier. Ja, das hatte ich noch aufgenommen, als sich alles so in schwarz gehüllt hat und dann plötzlich... Ja. Auch natürlich immer wieder schwarz-weiß, weil ich das irgendwie nicht aufnehmen konnte. Aber auch nicht, aber nicht normal. Aber das ist trotzdem nicht. Also, dass ich irgendwie in der echten Welt rumgelaufen bin, ist auch nicht der Fall. Hm. Das hier ist wohl doch die echte. Also, da kann die ich auch aufnehmen, bei der anderen nicht. Da kann ich nur... Muss ich da hin? Ah, da sieht mal einer an, was da ist. Ein schönes, schönes Boot. Ich glaube, da müssen wir hin. Ich würde sagen, das ist jetzt hier ganz nice. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt hin, ne? Okay. Okay, was haben wir denn hier? Ja, ein Weg... ...der einzige, logischerweise, weil das Spiel noch immer, ähm... Oh, fuck. Ah! Weil er noch einmal linear ist. Ja, ich würde sagen, Okay, dann halte vorbei. Sag. ... 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 Das ist sehr riesig. Ich hab keine Ahnung, wo es lang geht. Sieht nicht besonders viel. Oh, fuck. Oh, fuck. Die ganze Zwischen sind am Arsch. Die Apokalypse. Ich hoffe, den Gott, dass ich mein Schiff verloren habe. Oh, fuck. So viel zum... Ich werde keinen, ähm... Nein, 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 nein. Hey. Und geh hoch. B Purple. Relativ. Du musstieri nur Luft. Oh ja. Wiert. Und up, und... Nein, nein, nein. Nein, nein, nein! Auf, auf, auf. Willkü look! Oh, nice result. Oh, ich bin so skittig. Kannst du das schon初? Nein! Oh, das steigert! Ähh, wo muss ich denn jetzt? Volk in den Fluss, okay. Ich würde sagen da lang Ah Also wir werden hier rafting Crap Ah Okay, ich dachte, das ist jetzt übertrieben, das ist schwer oder so, keine Ahnung. So, irgendwie aufpassen, das man überall gewohnt, dass man nicht so viel anstößt. Oh, fack ich da. Ah ja. Okay. Fack ich da. Das ist ein Entschuldigung für den Boot. Komm schon, komm schon. Ha, sch***. Komm schon, das gibt's doch nicht. Komm schon, komm schon. Schon zuerst das rein und dann komm. Du bist nah dran, sagst du? Ah, wenn ich die Kamera ran habe, kann ich nicht cool, dann okay. Also die Kamera. Oh Gott, sagst du, dass sie sterben musste. Die Heretik, sie... Sie wollen, sie haben das Baby. Oh Gott. Wenn sie zu tun, wenn es kein Baby gibt. Ich muss... Jesus. Glyn? Ich komme. Achso, sie haben die irgendwie, weil... keine Ahnung, sie soll irgendwie ein Kind für die kriegen, keine Ahnung. Ich weiß, sie hat die Story auch nicht so ganz mitgefüllt, sie ist auch schon krass, diese Story. Fühlt mich fühlt sich gerade an, wie jetzt hätte ich die Story geschrieben, weil ich auch mal so krasse, krasse Stories schreibe. also ich habe diese weihnachtsgames gemacht letztes jahr letztes jahr und die story durch die blickt man eigentlich auch nicht durch außer man kennt halt die ganzen neben details dich halt im prinzip ich kenne die neben details aber ich habe sie auch ein bisschen der teilweise erzählt aber ich habe auch nicht alle erzählt deswegen die menge mit den details zum beispiel dass ich halt die ganze dass ich das halt geplant habe in dem ich das ist die ganze meinungsfeld vorher geplant hat in dem ich er wurde sich deutlich da ich muss das eigentlich geht es darum dieses ding hier schauen wir mal leichen dicht das ist ja gut immer schön okay gut aber wie sie weitergehen kann kann der nächste folge sehen also wenn ich gemein ist echt krass gut weil die folge hier ist an ändern gelangt schön dass ihr zugeschaut habt wir sehen uns in der nächsten folge tschau